und herzlich willkommen zu einem neuen video heute werden wir ein video machen über das thema lügen und ja das werde ich auch nur kurz an dieser das möchte ich jetzt hier auch noch mal kurz sagen ich zeige euch hier einen fall beispiel warum ich wiederum so reagiere so das muss man nicht immer verstehen und ich möchte dass die dinge sein zu lassen haben so das ist halt das wo ich mit der guten frau geschrieben so hat mir nicht gesagt dass sie verheiratet ist so aber man ist verheiratet so erzählt mir dass man zwei töchter hat alleinstehend ist und was man braucht mich nicht mehr anschreiben es ist feierabend wenn man so ist ich merke das dreimal gegen den wind ich rieche das und brauche dafür nicht lange um das raus zu filtern und herauszufinden das ist jetzt so ein bisschen über mich was ich jetzt erzähle das ist die wahrheit und wie ich anderen schon gesagt habe kriege ich das raus ist man nicht nur am arsch man ist nicht nur am arsch ich mache zu und da mache ich nicht nur zu dann ist wirklich feierabend weiß ich nicht warum man mit halben warten kommt und nicht alles gleich erzählt so dass man dem anderen nämlich die wahl lässt mache ich das jetzt mit möchte ich das jetzt oder möchte ich weitergehen und einfach den menschen die wahl lassen entweder man kommt mit aufrichtigen und ehrlichen vorsätzen und motiven oder man lässt es so sieht es bei mir aus ich habe darauf keine lust mehr auf internetbekanntschaften die immer noch schreiben 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 wollen und mehr einfach nur eine abwechslung sehen um damit wieder ihr leben zu bereichern ihre aufmerksamkeitssucht zu füttern oder was auch er war wollen wir dann erklären sie sind verständnisvoll beziehungsweise sind verschwiegen ich muss einfach sagen ich kann das kaum glauben wenn man dann ankommt man ist verschwiegen und man kommt nur mit halben informationen an hierbei noch mal dazu gesagt oder sage ich meine sichtweise auch zu es fängt mit kleinen lügen an bis das irgendwann ganz große lügen werden so möchte ich nicht haben ich möchte dass man mit ehrlichen motiven mir gegenüber tritt ansonsten hat man es sein zu lassen ich möchte auch kontakte die normal sind und nicht irgendwie immer nur angst haben sich mit menschen zu treffen oder 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 ich möchte hier noch mal kurz dabei erwähnen wenn man natürlich immer nur schreibt dann kann man nur auf toxische menschen treffen und man trifft keine normalen menschen mehr so das ist ganz ganz häufig so gerade narzisstische persönlichkeiten sind voll im netz damit und die mädels haben alle angst und geraten dennoch immer an solche giftigen kaputten menschen die kein selbstwert haben ein aufgeblasenes ego haben ihre aufmerksamkeitssucht füttern müssen andere emotional noch dazu gesagt missbrauchen müssen lügen ohne ende was nur geht bis bis lügen 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 ganz ehrlich dass es kein morgen mehr gibt so das muss man halt alles nicht haben so und das möchte ich jetzt hier auch noch mal ganz lang ich bin auch jemand der auch verdeckt ermitteln kann und das so ohne gesehen zu werden tatsächlich ich kriege die dinge raus ohne das betreffende menschen das immer gleich wind bekommen und mitkriegen so das mache ich einfach aus dem grund weil ich sage ich bin gern über mein gegenüber informiert darum bin ich auch der agent der lügnern hochgehen lässt der welt zeigt wie die welt wirklich ist und mit lügen kommt man nicht weit wenn auch nur für eine gewisse zeit und irgendwann gehen die hoch ja ich sage nur sachbearbeiterin der polizei die meine person stigmatisiert hat und ja nicht nur stigmatisiert hat mich als täter darstellen lassen wollte keine gute idee sowas ich habe diese gute frau hochgehen lassen und habe sie entsprechend auch angezeigt einfach überlegen wie man da vor sich hat und ob manche taten so das richtige sind weiß ich nicht ob das immer sinn erbringt und ich möchte jetzt hier auch noch mal ganz klar sagen ich möchte keine damenkontakte haben die nur auf schreiben aus sind die sich nicht treffen wollen die einfach nur aufmerksamkeit gefüttert kriegen wollen um dann wieder ihre sucht zu befriedigen habe ich keinen bock drauf auf den scheiß braucht man nicht zu versuchen ist es feierabend ich möchte das allgemein nicht so und folglich schießt sich solche leute ganz ganz schnell zum mond ich habe jetzt die weit raus und folglich wird diese person auch noch geblockt einfach aus dem grund weil man am lügen ist weil man nicht mit vollen tatsachen kommt und dann noch der meinung ist man ist ja verschwiegen wo dann bitte zum fick wenn man mit lügen anfängt man kennt sich nicht richtig und man fängt an zu lügen direkt hat auch nichts mehr mit loyalität zu tun hat auch nichts mehr damit zu tun dass man ehrlich ist und es ehrlich meint braucht man bei mir nicht versuchen ich komme damit sehr schnell hinter nur mal als warnung dafür was man da mit wie man vor allem auch mit menschen umgeht ihr wollt das alle selber nicht und behandelt so die menschen weiß ich nicht ob das so das richtige ist ich finde es einfach nur noch ein trauerspiel wie manche miteinander umgehen das ist jetzt scheinbar zu normal zu sein scheint einfach eine never ending story die niemals alpha wird so ich weiß dass diverse person mir hinterher ist soll sie machen immer machen lassen und wenn sie sich meint da unten einer punze zu spielen weil sie meint sie muss mir ins gesicht schauen und hat eine obsession weil sie auf mein gesicht steht weil mein gesicht markanter ist wie alles andere was sie in ihrem leben bislang gesehen hat kann ich nicht so ich bin fernab von diesem scheiß und ich möchte jetzt hier auch noch mal ganz klar sagen noch so eine kleine lüge an bekanntschaften die man kennen lernt ist toxisch gepriesen die kleinste lüge reicht und ich schmeiß die leute raus ich kriege das sehr schnell raus so ich merke das schon intuitiv dass irgendwas nicht stimmt gucke ich genauer hat die person verloren die ist am arsch so und dann hat man und ihr das vertrauen überhaupt aufgebaut werden kann vertraue ich dieser person auch nicht mehr weil dann ist wirklich feuerabend weil es dazu dann nicht mehr kommt weil ich dann gleich zu macht und alles blockieren tour so lasst es sein liebe damen liebe mädels ich habe nichts gegen euch absolut nicht aber ich möchte dieses text nicht mehr ich möchte menschen in der realität kennenlernen und nicht irgendwie fernab der realität ich frage mich einfach was mit der menschheit geworden ist und das stelle ich einfach mal hier in zweifel und in frage